Was war das denn bitte? Alter, was haben die denn für Geräusche gemacht? Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist Aldemar mit Subnautica Es geht weiter, wir wollen Hier die Lecks schließen Wir waren jetzt schon in einigen Orten, wo wir noch nie vorher waren Okay, aber hier oben nicht mehr, ne? Auf der anderen Seite höchstens Dann gehen wir jetzt ins Wasser Böse Fischisch haben wir, glaube ich, nicht mehr Ich will doch gar nicht leben Doch, da haben wir sie noch, okay Ich habe eins zurück Oh, da haben wir nochmal ein Data Terminal Gucken, ob die Abkürze noch da ist Aurora Blackbox Data Wir haben die Blackbox ge-recovert Scheiße, nein, 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 nein Scheiße, scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Oh, Alter Ich brauche das Messer unbedingt Scheiß Viecher, Alter Haben sie es getötet? Voll die Seuche, Alter Okay Schweißen Schweißen Hier schweißte die Sonne Nein Böse Ja, nur ein toter Aal ist ein toter Aal Hä? Oh, Luft, 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 Luft Ah Oh, Alter, was ist denn hier los? Das sind ein bisschen zu viele Oh, Alter Was ist denn ein ganzer Schwarm? Was ist denn hier los, Alter? Guck mal Ein ganzer verfickter Schwarm Weil ich den gerade getötet habe, glaube ich, ne? Scheiße Sind ja nur noch 10.000 Lacks Muss wir das haben Noch vier Ich liebe dieses Spiel Ich liebe dieses Spiel Containment Breach Repaired Blablabla Breaches Further Breaches Detected Further Breaches Detected Wie viele noch? Scheiße, hab ich jetzt vergessen Das ist noch eins Ich muss aufpassen Ist irgendwo dieser Schwarm Es sind alle einzeln Aber die kommen alle zu mir Sobald ich einen töte, glaube ich Wow Weg, 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 weg Ich muss mich bewegen Ich muss mich bewegen Ich muss mich bewegen Schnell weg Nein, ihr lasst mich in Ruhe Ihr lasst mich in Ruhe Wie viele noch? Scheiße, jetzt hab ich's nicht gelesen Geil 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 So, ne alter Ausgang Ich glaub, der existiert jetzt nicht mehr Da war er mal Da ist zu Schade Im Laserschneider würde es eventuell funktionieren Gut, dann hauen wir mal ab Wenn ich was übersehe, sag mal Bescheid Jetzt müssen wir vorne wieder raus Na gut Ich brauch noch ein Seemottenfragment Ich brauch unbedingt die Seemotte Ah, guck mal Die Feuerlöschere Stimmt, hier müssen ein bisschen mehrere hängen Oh, Entschuldigung Machen wir mal das Feuer aus Wir löschen die Aurora Mit einem Handfeuerlöscher Ich meine, wir sind in der Zukunft Gibt's mittlerweile nicht irgendwie bessere Löschmaßnahmen Irgendwie Ich weiß ja nicht Irgendwas Besseres halt Warte mal Da waren wir noch gar nicht Ah, Laserschneider Er war ja klar Jo Wir kommen wieder Wir kommen wieder Wir kommen wieder Prawn Bay Locker Room Da müssen wir hin Den Anzug holen Oh nein, ey Wir müssen den Laserschneider jetzt bauen Nee, das wird ja eine Quellerei Scheiße, komm ich hier wieder hoch? Ich seh halt gar nichts Ich seh nichts Oh, schnell raus hier Okay Hups Es gab bestimmt eine Abkürzung Ah, guck mal hier Oh Nein, das ist nicht das Scanner, Aldemar Da war der Flutlicht Da war der Flutlicht Okay, dann haben wir eine Mission Seemotte bauen Laserschneider Wiederkommen Prawnsuit bauen New Blueprint acquired Hört ihr das? Zum Blinken Blink, blink Ach ne, wenn ich renne Ist er Ah Ah, ist offen Hab ich schon alles geholt Hervorragend, Aldemar Ich bin stolz auf sie Dankeschön Captain Aldemar Für diese Belobigung Belobigung meine ich So, wir springen runter Wir machen YOLO Und wenn's schief geht Dann hatte keiner recht Wie ich sterbe Wer kommt denn ja auf die Idee Dass der Aldemar stirbt Weil er irgendwo runterspringt Guck mal, ist wieder angegangen Egal Noch ein Feuerlöscher So, wo springen wir denn runter? Am besten hier rüber Wie Wow Köpper Dauert ein bisschen Wir fliegen aber gut Oh, jetzt schnell weg Antreiben Das ist nämlich gefährliche Monster Ah, es geht nicht so schnell Okay Auf, auf Nach Hause Das ist Liveport 8 Da wollen wir noch dran vorbei Ich komm da jetzt nicht hinter uns irgendwo raus Egal Nicht gucken Fahren Bringt sowieso nichts Wenn er hinter uns wär Ist Nacht, ne Liveport 8 Was ist denn das da oben? Schon wieder so ein Teil? Das ist ne Das ist ein Liveport Guck mal Ein umgedrehter Davon haben wir aber keinen Markendingens Vielleicht ist das ja das Signal davon Liveport 4 Aber die sind alle gleich kaputt Weißt du? Man findet keinen ganzen oder intakten Oh, guck mal Wir finden mal Items da drin Momentar voll Keine PDA Nee Liveport 8 Aber Kann sein, dass das ja der ist Und da finden wir eine Leiche oder so Nee Ist einfach falsch markiert Guck mal Jetzt noch mehr Ressourcen Ja, ich bin voll Liveport 7 Nee Ich will zurück Liveport 7 Untersuchen wir noch Erstmal nach Hause Besser ist das Guck mal da hinten Hallo Boje So Ich seh nichts Es ist so dunkel Nee Ich bleib lieber oben Sicherer Ich seh grad nix Bleib mir hier unter der Wasseroberfläche Boah, was ist das denn da? Das sind die Reefbags, ne? Ich hab trotzdem grad ein bisschen Angst Hier Hardcore Mode Oh, ah Flipper Mein Name ist Flipper Flipper De 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 Ja gut Auf nach Hause Egal Egal Es ist viel zu Viel zu warm Meine Haare Oh Oh, hier wird's leichter Sehr gut Hier haben wir die hohen Fische Was war das denn bitte? Alter, was haben die denn für Geräusche gemacht? Geil Oh, schnell weg Die töten einen Instant Oh, scheiße Ja, wir brauchen unbedingt ein Batterieauflademodul Wir können bald eine Kiste bauen für tote Batterien auf jeden Fall Leere Batterien Schau, jetzt bin ich zu Hause Jetzt bin ich voll Und jetzt? Ah, wir haben eine Nachricht Ein Rettungsschiff Wie geil ist das denn? Ob die hier abstürzen oder einen wirklich retten Vielleicht sind es doch Piraten Piraten Boah So, wir haben immer noch keine Baupläne Habe ich irgendwas übersehen? Wahrscheinlich Scheiße So, wir müssen mal eine Scan-To machen Guck mal, wie viele Batterien ich habe Scheiße Ich bin zu voll Oh, das gibt's doch nicht Okay Okay Haben wir hier Titan, um irgendwie Null Oh, mich wurde gerammt So, okay Kann ich keine Schränke hier reinbauen, meine Fresse Das muss doch irgendwie gehen Gott, ey, was ist das übel Das hatte ich ja noch nie Ach, schade Kann ich nicht irgendwie eine Plattform bauen? Ja Und die Schränke nach draußen? Ich glaube, das geht nicht Unter Wasserschränke Probieren wir uns mal aus Äh Da Weil die sind ja wirklich kacke Nein, ich will die Beschriftung nicht ändern So Das ist ein Test So Oh, noch mehr Titan Wo sind die Dinger jetzt schon wieder? Da Meine Güte Die sind aber auch so zu übersehen So Ich will jetzt nur gucken, ob ich's bauen kann Luft sieht gut aus Ah, schade Wir könnten ein Korridor bauen Und im Korridor Schränke bauen Aber Boah, das könnte fast funktionieren Aber auch nur fast Ich könnte mich auch irren Wir haben auch gar keine Gar keine Energie oder so Habe ich jetzt Platz dafür? Nee, ne Können wir irgendwas ablegen? Nein Komm, wir machen mal gerade Ah Oh mein Gott Die erschreckt mich jedes Mal Ist das schlimm, ey Immer noch nicht Äh, was wollte ich machen? Glas So Das hier weg Das, das Das, 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 das Das So Was brauchen wir? Ah, scheiße Jetzt muss ich das erst aufsammeln Ich fasse es nicht Mein Gott, Walter Im Ernst Ah Ah Gott, die belagern mich Ich brauche eine Knarre oder so Das heißt, haben wir es aufgehoben Scheiß drauf So, ich will die auf keinen Fall hier rumliegen lassen Die sind sehr wertvoll Oh, überhaupt nicht zu nah Was ist das hier für ein Punkt? Das fass ich nicht Die anderen sind alle gefressen worden Aber ich nicht Noch nicht So Aber ohne Energie bringt das gar nichts Ah, warte mal Das könnte funktionieren Oh Mann Ist der alte Mann nicht klug? Ist der alte Mann nicht klug? Ich sage dir Ich bin voll doof und übersehe irgendwas Wir können auch Energie drauf setzen Geil Guck mal Unsere erste Basis Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Wir können auch woanders hinbauen eigentlich Ah, jetzt zu spät Das hat alle mal zu viel Scheiße gebaut Oh, das gibt es auch nicht Oh, das gibt es auch nicht Scheiße Dann müssen wir gerade Titanen bauen Und Quarz Unsere erste Oh nein Wir lassen die Tür Aber trotzdem mal auf Äh Normales Quarz Oder Glas Ich weiß es gerade gar nicht Oh, ich muss den Schrank ablegen Open Storage Storage Storigoi So Sieht ein bisschen scheiße aus, ne? Ach cool, ist ein neuer Knopf Vorher war das doch einfach nur Rechte Maustaste oder so Tut mir leid Wir wollen ja Sauerstoff auch So, Titan und Glas Oh, da wäre es Glas, glaube ich Okay, dann brauchen wir jetzt Quarz Quarz, Quarz, Quarz Quarz, 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 Quarz Zwei oder drei pro ein Glas Ich kann mich auch irren Oh, was haben wir denn da? Das ist bestimmt Seegleiterfragment Aber es ist ein bisschen Titanen Ist immer gut Mal zwei mehr Guck mal, wenn es drei geben würde Das wäre noch ein bisschen lukrativer Natürlich, ist ja auch mehr Äh So, wenn es nacht wäre Würden wir jetzt besser Quarz finden Oh, aufpassen Lebensgefährlich Luft sieht gut aus Neues Geräusch beim Aufsammeln von Quarz Rot-Grass-Biom Überall ist Salz Brauchen wir nicht Da ist Quarz Guck mal da Kupfer wahrscheinlich Ich will den Exo-Prawn-Suit haben Er ist ja Prawn-Suit Nicht Exo-Suit Also mal Ja, er muss ja ein bisschen Richtig aussprechen So So Geil, wie Subnautica sich ändert Ey, wie konnte ich denn damals So viele Staffeln machen Ey Gut, ich war immer am Ende Irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr Oder wusste ich, was ich bauen soll Und diesmal bauen wir keinen Fischhandelsport Oh Vollgas Nein, ich ertrinke nicht Keine Sorge Okay Gucken wir mal Ah, scheiße So einen neuen Generator bauen Ist auch nicht so leicht, ne Ich glaube nicht, ne Kabelsatz brauchen wir, glaube ich Ich meine, so einen neuen Fabrikator Wir könnten den umsetzen hier oben Das müsste eigentlich funktionieren Ich weiß es aber nicht Ob das funktioniert Nicht, dass wir Teile verlieren oder so Aber hier ist so schön viel Energie noch oben drin Drei So Ich finde unsere neue Station super Einfach nur so ein Rohr So werden wahrscheinlich auch die zukünftigen Mars-Missionen aussehen Ist auch nur so eine Hülle Ah, wir haben Inventarplatz Oh, ist das schön Oh, wie geil ist das denn Zuerst mal wieder alles zumüllen Ordnung darf nicht sein So Das wollen wir nicht Warum nicht, warum nicht Warum nicht Poster Kann man die Wand hängen? So, jetzt machen wir die Dinger hier mal leer Leider kann ich die nicht verschrotten Ich werde sie irgendwo hinbringen, wo ich sie niemals wiedersehen werde So, wir haben noch eins Ich hatte noch drei, oder? Da ist auch noch eins Nein, bleibt jetzt da Oh, der dreht immer um Der greift mich hier irgendwie nicht an Ist gut jetzt, meine Fresse Und das hier noch Er hat jetzt einen roten Deckel, damit man das auch sieht Okay, Leute Ich sehe gerade Wir müssen hier aufhören Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Das hat Nautica Da ziehe ich noch fertig um Und dann gucken wir mal Wir müssen unbedingt Seemottenfragmente finden und so Und dann sehen wir weiter So Ne, brauche ich nicht nehmen Okay, alles klar, Leute Bis dahin Haut rein Ich habe die Worte Egal, haut rein, Leute Und dann sehen wir mal aufhören Bis zum nächsten Mal.